Wandeln Sie Wurzel 3 plus E minus 2 minus E mal Wurzel 12 und minus Wurzel 8 plus 2E mal Wurzel 2 in Polarkoordinaten um. So, wie machen wir das? Ja, bitte. Wir berechnen zuerst den Radius, der war dann 3 plus 1. Und davon die Wurzel, das ist 4. Das ist Wurzel 4, also 2. Der R ist 2. Weiter. Ja, dann rechnen wir den Winkel aus. Phi ist der Tangens von 1. Arcus. Arcus Tangens von B durch A, also von 1 durch Wurzel 3. Und das ist 1,6 Pi. So, das sind 30 Grad, das weiß man nicht nur auswendig, oder Phi 6. So, jetzt fehlt mir immer noch das hier in Polarkoordinaten, also Wurzel 3 plus I in Polarkoordinaten. Und was ist das hier? 2E hoch I mal Wurzel 6. E Pi Drittel. Also, 2 mal E hoch I Pi Drittel, das ist Wurzel 3 plus I. So, jetzt kommen wir auf den hier, den muss ich ein bisschen umwandeln, dann sehen Sie da was. Das ist minus 2, minus 2 I Wurzel 3. Da sehen Sie, das ist sowas ähnliches wie das. Da hängt wieder eine Wurzel 3 mit drin. Machen wir das R. Was kommt beim R raus? Ja, bitte. 4. Rechnung. Ja, das ist minus 2 im Quadrat. Plus minus 2 Wurzel 3 zum Quadrat. Das haben wir heute schon mal gerechnet, das ist 4. So, jetzt brauchen wir den Winkel Phi. Dann rechnen wir mal hier. Phi, das ist Arcus Tangens B durch A. B ist minus 2 Wurzel 3 durch minus 2. Aber, aber, aber. Dann plus Pi, weil A kleiner 0. So ist es. Das hier ist negativ, deswegen muss da noch das Plus Pi dazu. Dann haben Sie Arcus Tangens Wurzel 3, das ist 60 Grad oder Pi Sechstel. Das ist also, äh Pi Drittel natürlich. Pi Drittel plus Pi, also 4 Pi Drittel. So, dann haben wir jetzt die Zahl minus 2 minus I Wurzel 12. Und das ist dann in Volarkoordinaten. Ja, bitte. Äh, 4 mal E hoch Pi. Äh, R ist 4, R ist 2. Und da habe ich hier hingeschrieben. Wenn du weißt es. So, wir proben. Sorry, wir wissen hier so. Okay, nochmal. Sorry, ja. 4 mal E hoch I mal 4 Drittel Pi. Jawohl. Also sehen Sie, Sie können sagen, minus 2 minus I Wurzel 12. Oder 4 mal E hoch I 4 Pi Drittel. Das ist exakt das Gleiche. Und unsere letzte Zahl hier, die schreibe ich wieder ein bisschen um. Das ist minus 2 Wurzel 2 plus 2 Wurzel 2i. Da sehen Sie vielleicht ein bisschen was. Dann machen wir das R. Und das R ist, das hier ist Wurzel 8. 8 plus 8 ist 16. R ist also Wurzel 16, also 4. So, was ist das Phi? Das Phi ist ja immer unser Problem. Das Phi ist, ja bitte, erst mal Argus Tangens von D durch A, also 2 Wurzel 2 durch Minus 2 Wurzel 2. Und jetzt haben Sie etwas gesagt noch, was kommt da noch dazu? Ein Viertel, ach so, Plus Pi kommt dazu. Warum kommt da noch ein Plus Pi dazu? Weil unser A negativ. So ist der da, der unten ist negativ. So, und da bekommen Sie dann tatsächlich Minus Pi Viertel plus Pi, also 3 Pi Viertel raus. So, jetzt müssen wir das in Polarkoordinaten hinwandeln. In Polarkoordinaten? Ja, bitte. Das ist gleich, 4 mal E hoch I mal 3 Viertel Pi. Völlig richtig. Gibt es Fragen? Ja, bitte.